oh mein holy shit wer hat den wolf da gesniped ich drei tiere kosten aber komplett weggerotzt das ist ein scheiß fisch das ist ja echt piranha glaube ich das war verarscht das piranha es gibt aber trägt er dich auch ja nämlich gewissen weg dreht den oder hast du jetzt den wolf gehäutet oder sind wohl aber musste ja auch hat das bessere messer das bessere messer ja ich brauche ein bisschen die dafür mein dings für meinen super bogen und dann bomb ich glaube es gibt auch ein skill dass wir mehr ep teilen miteinander ja das wäre auch ultra klatsch das wäre nice aber jetzt kommen wir echt gut tiere auch ja das stimmt vielleicht brauchen die einfach ein bisschen bis sie spawnen ok ich gehe wieder back to base die ausdauer wollen die wolken die sichern bringt das fünffache leute sichern bei was bei mais und so im scheiß so ich dachte vielleicht kannst du auch wölfe sichern oder so und dann ok ich bin wieder in der base haben wir eine werchbank ne das haben wir noch nicht wir brauchen ich hab noch keine tue ich hab noch mal gespielt Carlo was denn hast du gemacht ich hab nichts gemacht ja das ist es ja ich hab mich um mein Schiff gekümmert dass ich einfach alles habe und äh ja gut bin Kannst du eine Werkbahn machen? Oh ja. Geil. Geil. Mach mal eine Fackel. Mach eine Budenfackel hier hin. Ich habe das nicht gespielt, glaube ich, oder? Oder kann das jeder machen? Warte, ich mache mir erstmal einen geilen Bogen. Alright. Fackel. Budenfackel. Holzfackel. Oh, was ist das hier? Oh, warte, kann ich nicht etwas Geileres? Ist das gut? Gibt es safe, gute IP. Wollte gerade sagen, gibt es wahrscheinlich gute Erfahrungspunkte. Wandfackel. Man kann die Sachen aber nicht reparieren, die man mitnimmt von oben. Was müssen wir, wenn die kaputt gehen? Ach so, ja, dann ist es halt einfach nur so ein Starter-Bonus, um alles zu kriegen. Schneller. Da war ein teurer Starter-Bonus, wenn du den nur einmal mitnehmen kannst. Ja, echt gar nicht. Jetzt geht es lieber durch einen Baum durch. Nee, den kannst du immer mitnehmen. Sicher? Ja. Aber wie gecraftet man sie dann einmal? Sicher? Sicher? Ja. Ich glaube, du hast Unrecht. Nee, ich glaube, ich habe recht, weil dieses, äh, diesen Exosuit oder so, den man auch, ähm, craften konnte, den konnten wir jetzt wieder mitnehmen. Ja, das stimmt. Mit dem extra Ausrüstungs-Lot. Das arme Rehkits, Alter. Das musst du mal hinhalten, wenn die Mutter zu schnell weg ist. Ja, manchmal ziehe ich auf die Mom und dann kille ich immer das Kind von der. Ja, dann rennt die weg. Ja, schon total. Hm. Ich lasse. Ich mache mir mal einen Tee in der Base. Ja, bin ich. Haben wir schon eine Werkbank jetzt? Ja. Du musst jetzt hier wieder dieses... Dann müssen wir eigentlich überhaupt hin. Wir müssen gar nicht so weit weg, na? Guck mal, leichter Wind. Ich bin ultra chill. Ja, aber das Level wird nicht umsonst auf schwierig gestellt sein bei der... Oder? Alright, sollen wir schon mal in die Richtung gehen von dem Ding? Nein, wir haben doch gar nichts, oder? Wo ist denn der Regenwasserkanister, dass wir kurz trinken können und sowas auch alles? Haben wir schon Fleisch, dass wir was essen können? Ah, true, 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 true. Nee, Fleisch, äh, doch... Ah, warte mal, Lagerfolge können wir machen, na? Ich glaube, 16, Fleisch in die Werkbank. Karl, bereite das mal zu und dann behalte ich nur Fleisch bei dir. Das ist geil. Ja. So, jetzt kommt der erste Sturm. Wird gemacht. Lagerfeuerchen gemacht. Aktivieren und dann... Lecker Schmecker. Ähm, hat... Haben wir schon Wasserflaschen hergestellt? Nee. Nee, gut. Ich hab eine gemacht. Ähm... Okay, 20 Fleisch spät. Hat wer Knochen für mich? Ich gleich, wenn ich wiederkomme. Trinken oder Kontina füllen. Ah. Okay, die leichten Winde sind ja echt billig. Kann man einfach ignorieren. Okay. Das hat auch Sturmaussetzung. Oh, langsam. Ich brauche noch ein bisschen Oxid. Äh, Robata, wie viel kriegst du denn bei der, ähm... Mit der in der Super Pickaxe? Wie viel kriegst du denn da raus? Immer drei pro Hit. Das ist ganz schön krass, tatsächlich. Das ist halt echt krass. Ja, dann bist du... Dann hol du mal ganz viel Oxid. Hab ich schon. Ich hab hier 150 Oxid reingelegt gerade. Oh, okay. Hier. In die Big Chess? Oh, geil. Du bist ja der Hammer. Leg mal ein paar Knochen rein in die Big Chess, bitte. Ich brauche ein paar Knochen. Okay, ähm... Knochen, natürlich. Warte mal, ich teile mal eigentlich die Hälfte. Ich tue mal hier Leder auch rein und das... Wir brauchen auf jeden Fall genug Leder für die Schlafsäcke. Ja. Ja. Du hast das geile Messer, ne? Das ist schon mal ganz nice. Wir brauchen noch mehr. Ich bin so ein guter, der einfach getrifft. Ich hab gleich ne flette Sturmaussetzung. Aber das macht sich nur langsamer, glaube ich. Was hab ich denn jetzt? Vergiftet? Äh... Funktioniert das wirklich? Tatsache. Hm... Jet, eigentlich können wir schon los. No Caperino. Wir können eigentlich schon los. Das ist okay. Ich glaub, da passiert nicht viel, wenn wir da hingehen. Wir müssen das hier nur einsammeln. Echt? Hm... Ja, ich glaube. True, ne? Sind wir alleine los? Was? Oh, mein Ding. Kann man auf Twitch irgendwie kommen und nicht sehen, wie das Spiel heißt? Ne. Es steht im Titel. Es steht fett da. Das ist sogar das Cover vom Games. Alles voll mit dem Game. Ich glaub, wir können los. Ich glaub, das ist ultra chill. Nein. Das haben wir bei dem Eis auch gedacht. Ja, aber hier ist kein Eis. Ist ja einfach nur normal. Also, ich werd' mindestens Level 14 machen, bevor ich losgehe. Oh, wow. Wenn ich wieder von Level 13 anfangen muss, dann... Grinding. Grinding Giesbärts, sag ich. Wie bitte? Sauerstoffblase. Was ist denn eine Sauerstoffblase? Weißt du das? Ist das... Dass man das... Hm. Ist man, dass man das einfach mitnehmen kann? Oder... Oh, das ist smart. Ähm... Oh, ich brauch' ein bisschen Leder noch. Genau, ich muss noch ein bisschen jagen. Das wird nicht viel. Habt ihr Leder und alles? Ich bin ja grad dabei, das zu holen. Aber wir brauchen ja drei Betten, weil die Nacht wird ja bald kommen dann auch, ne? Ach, scheiße, ja. Wir brauchen immer erstmal 60 Leder. Das ist aber der größte Struggle, wenn man eine neue Welt startet. Du meinst Fell. Fell. Meine ich. Durchgesagt? Leder. We're lost. Ich brauch' ne Werkweine, die ich befüllen kann. Ich brauch' ne Werkweine, die ich befüllen kann. Oh. Ich brauch' halt gar nichts. Die Fische geben echt gut IP. Die geben wirklich gut IP. Die geben wirklich gut IP. Level 15 sollten wir auf jeden Fall machen, wenn wir losgehen. Level 15. Hier sind wir 14 gerade gekommen. Holy shit. Ist auch sonst los, oder? Wir laufen's wieder. Wir springen uns wieder los. Ja, aber ich glaub' ich glaub' das ist einfach, das ist ne simplere Mission als die letzte. Da hab' ich das ja so viel Kälter sind alles. Da war umstanden in der Missionzuszuschreibung hart. Die andere Mission war... Die andere Mission war... Stopp. Vielleicht kommt ihr dann irgendwie ein Bärchen oder so. War mittel. Ja, der war mittel und war schon viel zu hart. Das Game ist einfach turbo schwer. Das ist auch der Reife. Ich komm' halt so 80 Wölfe. Sicher Wölfe. Ich jage. Ja, ich glaub' jagen geht einfach durch die am meisten XP, ne? Ja, jagen ist absolut insane. Ja, gibt am meisten XP. Man muss halt immer dann... Ich glaub' also, wenn man die ganze Zeit Wölfe töten könnte. Einfach dauerhaft Wölfe snipen. Wenn man instant Level, Level 20 oder so. Boah! Aber ich finde immer keine Wölfe. So nervig. Ich finde immer, wenn die einfach random von mir spawnen. Hmm... Hmm, na ja. Hmm... 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 Ja, ein Hirsch hat Angst gehabt vor mir und dann ist er einfach so ein Meter nach vorne gelaufen, hatte dann keine Angst mehr und dann habe ich den in den Kopf geschossen. Smart. Das war keiner stupid. Oh ja, gratis XP da vorne. Dass wenn ich einen Wolf sehe, ist das gratis XP. Ich bin auch gleich Level 13. Ganz chillig. Ich würde auch echt gerne los, sonst gehe ich aber alleine los. Oha, jo. Ja, ich will jetzt nicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Mission ja wirklich einfach. Wir müssen einfach nur wieder Tiere kiten. Mhm, das hat bei dem Eisbär am Ende super funktioniert jetzt zu kiten. Ja. Das war es, genau wie wir es geplant haben. Nee, auf dem Stein war man eigentlich relativ safe, oder? Ja, mega. Also Max war giga safe und ich auch. Nice. Das hat gut funktionieren. Ich würde sagen, das können wir genauso wiederholen. Geh ich mal in eine Sauerstoffblase. Ich glaube, die ist sick. Okay, mach mal. Ich glaube, da kannst du tatsächlich Sauerstoff reintun. Ja, denke ich auch. Was ist denn noch sick? Boah, hier können wir auch mal eine Holtungsbank bauen. Da bringen wir Tierkadaver hin und das bringt Turbo viel mehr. Oh, das ist smart. Ja. Toch, stell dir Scheiße, du brauchst Eisen. Blöd. Wir wissen aber, wo wir hier Eisen herbekommen. Ja. 37 Seile. Brutz, du brauchst Seile. Wir sind ja auf dem Web von vorher. Und dann? Ist das zu heiß gerade? Warum machst du denn so viele Seile? Ich wollte schauen, ob ich die XP bringe. Oh. Ah, das ist smart. Hä? Einfach mal ein paar Seile gemacht. Oh. Warte mal, ich habe gerade irgendwas. Ich war gleich richtig dumm, glaube ich. Oh. Das denn? Ja, was machen wir? Vielleicht ist das in der Nähe. Oh mein Gott, ich bin so eine Hohlbirne. Na? Wieso? Weil ich, äh, ich glaube, ich habe da eine ganze Seile abgebrochen. Abgebrochen? Wie benutzt du denn diese blöde Sauerstoffblase jetzt? Musst du vielleicht Oxid reintun oder so? Hm. Gibt da so eine Hunch? Textilbank? Kräuterkundebank? Also ich, also ich bin gleich in Level 15 und können wir los. Wie denn? Ich craft die ganze Zeit und Bandagen werfe die weg. Bandagen einfach? Ne, einfach Bandagen. Ich sammle Fasern und craft Bandagen. Ich weiß noch nicht, ob das schneller ist als Tierehanden. Ich habe halt das Tierehanden jetzt aufgegeben. Ich nehme nur noch mit, wenn ich sie sehe. Das geht aber echt schnell. Wie sammelst du die Fasern? Äh, mit der, mit der Sichel. Kriegt man ja super viele. Hm, die Sicheltaktik, um XP zu ballern, war meine Taktik. Boah, ich brauche, ich brauche mehr Leder. Ich brauche Leder. Alter. Das sagst du zum 5 Mal. Wir brauchen alle Leder. Leder ist das wertvollste. Klar brauchst du Leder. Wir brauchen alle ganze Leder. Ich brauche keine Fälle. Ich brauche nur Leder. Leder. Leder, Leder. Ich brauche Leder. Ich brauche Leder. Wenn du dabei bist, bringen wir ganz viel Leder mit. Die essen und trinken. Habe ich noch was zu essen? Rohe Fisch ist abgelaufen, Mais ist abgelaufen. Ah, eine stärkere Axt wär's. Das Messer ist nicht so stark. Ist es nicht? Ist okay. Okay. Wie machst du nochmal Philippe? Oh ne, ich hab Wolf. Ich bin tot gleich. Ach nö, nicht schon wieder. Ja, so ein... Oh Gott. Ah nee, der hat gar keinen Schaden gemacht, der Wolf. Was? Ja, ist egal. Ich hab viel Stress gemacht dafür, dass der gar keinen Schaden macht. Ja. Das ist ein bisschen wie du magst. Ich hab erst gedacht, das wär so ein Ultra Boss Wolf. War ein was denn Boss Wolf? Nee, es war so ein Opfer Wolf. Rui hat komplett gegen Phanatic gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen Fail. Wie ist das Valorant Team von Moskau Five? Extrem gut. Wirklich gut, die sind jetzt im Halbfinale. Dann haben wir mega happy gemacht. Also der heißt ja nicht mehr Moskau Five, der heißt ja jetzt Gambit. Moskau Five oder zu Gambit? Ja. Das ist die nicht. Und die haben heute gewonnen. Die haben heute gespielt gegen, äh... Gegen X10. Irgendein thailändisches Team. Die auch übel krass waren. Und Phanatic hat vorher... Oh mein Gott, ich brauch Schwefel. Phanatic hat gegen ein brasilianisches Team verloren. Grad eben. Einfach gelost gegen ein brasilianisches Team. Hat irgendjemand Schwefel von euch? Ich hab tatsächlich ein bisschen Schwefel. 34. Du kannst in die Oxide Bank reinmachen. Die hab ich gecraftet. Wie das? Ja, und dann hat man so eine Sauerstoffblase und so eine Pocket. Pocket Sauerstoff. Pocket Sauerstoff ist cool tatsächlich. Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Oh. Wir alle immer noch denken, dass das Hankys Team ist. Obwohl der Hanky schon seit Monaten, seit Jahren nicht aber vernettig ist. Es wird dunkel. Haben wir genug Schlafsäcke? Oh. Ich hab 25 gesammeln können. Also 25 Fell. Fuck, es wird dunkel. Das fuckt jetzt gut ab. Ja. Habt ihr genug? Habt ihr alle 20? Ich konnte mit meinem Turbomesser auch nichts machen. Hier gab es einfach keine Tiere. Ich hab 15 Fell habe ich. Wie viel braucht man? Äh, 20. Korrekt. Bist du zufrieden mit 15 Fell? Nicht wirklich, aber ich bin auch keine Tiere. Ich hab irgendwie 18 Fische gekillt. Oh mein Gott, die Sauerstoffblase ist OP. Ja? Die Sauerstoffblase ist komplett OP. Die kannst du craften oder was? Ja. Die ist geisteskrank. Warum? Äh, weil die Inzidenz Sauerstoff nachfüllt. Die ist absolut crazy. Das ist geil. Oha, was ist denn hier? Was wird hier gemacht? Hm? Achso, ja, hier ist die Oxid-Lösungsmittelbank. Da hab ich jetzt in die Sauerstoffblase, hab ich äh... Achso, es ist die Oxid-Lösungsmittelbank. Ja, easy. Sag das doch gleich einfach. Hab ich selber herausgefunden, tatsächlich. Das war niemand im Chat, der mir das empfohlen hat. Also das erklärt ja jetzt alles. Sag doch einfach gleich, hier ist die Oxid-Lösungsmittelbank. Ach, was können wir da rein tun? Geben wir uns mal ein... Briefing, Alter. Nee, wir müssen den Sauerstoffschlauch leeren und dann... Der braucht... 30 Leder. Ja, der ist eigentlich ziemlich OP. Ich hab ne Karotte. Deswegen wolltest du die ganze Zeit Leder haben. Ja. Und es braucht Schwefel, um das zu Sauerstoff zu machen oder so. Ich kann äh... Ein... Ein Bett craften, so. Ich kann... Ich brauch 5 Fell, dann kann ich auch ein Bett craften. Oh, baust du hier ein Beet an? Geil. Willst du mal abschätzen für härtere Planeten? Das ist ja geil. Wenn wir das garantiert brauchen. Das gibt's nicht ohne Grund. Ich mein, jetzt kommen schon weniger Tiere. Ja. Ja, true. Wer weiß, was dann weniger kommt. Zeig mal. Oh. Das ist cool. Kann ich da was anpflanzen? Darf ich da einfach mal Sojabohnen rein tun? Ja. So. Habt ihr jetzt Sojabohnen reingetan? Haben wir schon Regenaufnahmebecken? Nee. Growth Progress. Ah, da sieht man's. Okay, das ist einfach. Äh, das kann ja mal jemand bauen, das Auffangbecken. Hm. Ah, vielleicht brauch ich Stein dafür. Schade, dass es nicht schläger Eisen gibt, ne? Ja. Ja, ja. Es ist wirklich schade, dass es nicht schläger Eisen gibt. Ja, ja. Es ist wirklich schade, dass es nicht schläger Eisen gibt. Okay, wollen wir Pennen? Haben wir genug? Bodenfackel wurde immer noch nicht gebaut. Äh, nee. Wie sauer. Hat jemand sieben Schwefel? Äh, ist in der Oxid-Auffangstation. Ja. Kannst du da tatsächlich rausnehmen. Okay. Ich hab, ähm. Ah, warte mal doch. Hier ist, ja, 20 Fell. Es fehlt nur noch ein bisschen Leder. Und dann haben wir drei Schlafsäcke. Ich hab schon den Schlafsack. Wir brauchen nur zwei Schlafsäcke. Ich platziere meinen Schlafsack schonmal, okay? Mhm, mhm, mhm. Okay, ähm. Hat jemand noch Leder? Was ist denn da? Wir müssen unser, wir müssen unser Haus tatsächlich ein bisschen größer bauen. Es passt hier nicht mehr alles rein. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist unser Standard. Hast du noch Holz? Kannst du mir unser Holz bauen? Kannst du mir ein bisschen Holz reinlegen hier, äh, Dings? Ja. Ja, ja, ja. Zwei Fell. Zwei Fell. Zwei Fell. Zwei Fell. Komm bitte. Ja, zwei Fell. Das sind 29 Fell. 29 Fell sind hier. In der Kiste. Dann machen wir nochmal zwei Schlafsäcke. Ne, ja, ich hab, ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Gut. Ich hatte 38 Fell. Geil. Alle drei Betten liegen, wir können pennen. Geil. Okay, und dann gehen wir los, okay? Hey, aber wie kriegen wir denn jetzt geiles Wasser her? Ja. Wenn wir das Siffwasser aus dem See nähen, dann haben wir doch auch Siffwasser in unserem Behälter. Liege. True. Vielleicht kann man das Wasser abkochen. Warte Sekunde. Ja, man muss immer so einen Regen-Auffangbehälter bauen. Ne, ich hab einen. Aber es hat noch nicht geregnet. Ne, hat sich über Nacht geregnet. Zwei von drei Spieler schlafen, können wir aufstehen, ne? Ja, es ist um 7 Uhr. Ja, ja, ja. Ist da irgendwas drin? Verwenden. Oh. War ein bisschen was drin? Hm, gar nichts, ne. Ne, nur ein Liter. Okay, dann trinke ich ja normal draus, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ich hab, ich hab einen Trinkschlauch mit Wasser drin. Aber ich weiß nicht wie. Und woher? Ja. Der lag einfach da, in der Werkbank. Warte, wie lange brauchst du mit Level 15? Ich bin Level 15. Sauber. Oh shit. Trinken oder Container auffüllen? Ach, ja, ich hab die Container einfach aufgefüllt. Ah, okay. Ich kann hier jetzt für uns... Alright. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. trap перев pirieren. 唱